Martin Luther 2.0 Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum Und in der heutigen Zeit gibt es eine Minderheit von Menschen, mindestens in Europa, die den Wolf lieb haben. Sie haben ihre Stimme für den Wolf so hören lassen und ihr Geld haben sie investiert, damit der Wolf wieder in Europa ausgesetzt wurde. Jetzt verbreitet sich der Wolf in ganz Deutschland und zerreißt Nuttiere. Der Wolf macht das, was der Wolf immer gemacht hat. Er tötet und teilweise viel mehr, als er selber braucht. Das Problem ist, dass im Gesetz ist es schon verankert, dass die Hirten nichts dagegen tun dürfen. Wenn sie da stehen und der Wolf kommt und ihre Schafe zerreißen möchte, die dürfen nicht mal einen Stein auf den Wolf werfen. Man sieht Videoaufnahmen von Frauen, die mit ihrem Hund spazieren gehen und der Wolf steht 15 Meter entfernt und sie schreit und brüht und filmt es zugleich und er haut nicht mal ab. Also die brauchen uns Menschen nicht fürchten in der jetzigen Zeit. Unsere Väter haben gewusst, wie furchtbar Wolfe sind und warum Wolfe niemals in der Nähe von Menschen leben dürfen. Aber wir leben in einer Welt, in der Aktivisten ohne einen gesunden Menschenverstand politisch viel erreichen. Aber es gibt etwas viel Schlimmeres als der Wolf. Und das sind Menschen, die sich als Schafe tarnen, um das Leben von ihren Mitmenschen zu zerstören, indem sie sie in die Irre führen. In der Bibel vergleicht Jesus ihr Lehrer mit grausamen Wolfen, die sich als Botschafter Gottes tarnen, um Menschen mit sich in die Verdammnis zu ziehen. Der Apostel Paulus hat folgendes den Ältesten in Ephesus geschrieben oder gesagt. Lukas hat das aufgeschrieben in Apostelgeschichte 20. Ich lese vorab Vers 28. Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hütten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also wer auf der Stimme diese Irrlehre hört, wird unter Gottes Gericht kommen. Wer aber auf der Stimme Jesu hört, dem wird es trotz Leiden diesem Leben ewiglich gut gehen. Wir wollen heute das zehnte Kapitel aus dem Johannes-Evangelium betrachten. Schlag bitte das Kapitel auf. Dort werden wir, oder hier werden wir sehen, wer wahrhaftig Jesus als Hirte hat. Das heißt, wir werden sehen, wer ist tatsächlich ein Schaf Jesu Christi. Dazu werden wir sehen, dass Jesus allein der gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe hingibt. Aber Jesus tut viel mehr. Als sein Leben für die Schafe hingeben, er sagte vor seinem Tod, dass der Vater ihm die Macht gegeben hatte, sein Leben wieder aufzunehmen. Und er sagte, keiner nimmt es mehr, ich gebe es freiwillig für die Schafe. Und ich nehme das Leben wieder auf. Und dann sagte er, er lebt weiterhin, um seine Schafe zu schützen. Und er sagt, dass sie nie in aller Ewigkeit verloren gehen werden. Und ich kann nur sagen, woll dem, der Jesus als sein Hirte hat. Lass uns Johannes Kapitel 10 gemeinsam lesen. Wir lesen die ersten 30 Verse. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hört nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden, diese Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen? Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Es war Winter und Jesus ging in dem Tempel umher in der Säulenheile Solomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. In diesem Text lesen wir in Vers 6, dass Jesus eine Bildrede oder ein Gleichnis verwendete, aber die Jüden haben das Gleichnis nicht verstanden. Seht ihr das in Vers 6? Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, was er zu ihnen redete. Also die ersten fünf Verse sind ein Gleichnis. Das Wort, das hier in der Urschrift verwendet wird, wird in der griechischen Übersetzung zum Alten Testament in Sprüche 1, Vers 1 verwendet für die Sprüche Salomos. Und es wird auch später in Sprüche nochmal verwendet als Weisheit und wird mit Weisheitsspruch übersetzt. Es wird auch in diesem Sinne in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 22 verwendet, wo er sagt, es geht ihm nach wie diesem wahren Sprüchwort. Und so, es wird an mehreren Stellen als Sprüchwort oder als Weisheitsspruch verwendet, aber hier wird es zu Recht mit Bildrede oder mit Gleichnis übersetzt. Aber ich wollte die Verbindung zum Weisheitsspruch darstellen, weil es ist wahrhaftig hier, diese ersten fünf Verse, dieses Gleichnis ist ein Weisheitsgleichnis. Es ist wie ein Sprichwort. Ich bin die Tür. Wer durch mich, wer an mich glaubt, der wird ewiges Leben haben. Und Jesus sagte, die Pharisäer, die sind Diebe, die sind Räuber, sie verderben, sie schlachten die Schafe, sie sind keine zuverlässigen Hirten, die sind Wölfe im Schafspelz. Und so, wir sehen hier, dass wir ein Gleichnis haben, aber die Jüden haben es nicht verstanden, aber Gott will, dass wir es verstehen. Und deswegen gibt es hier die Erklärung von Jesus, was er mit diesem Weisheitsgleichnis meinte. Also Jesus hat hier ein Sinnbild aus dem Alltag verwendet, denn in der damaligen Kultur waren die Menschen von ihren Nütztieren abhängig. Ein Wolf war der Feind eines jeden. Also jeder hatte Tiere, jeder hat seinen Garten, auf dem sie mindestens auf dem Land gewohnt haben, und ihr Leben war abhängig von diesen Tieren. Sie bräuchten Milch, die bräuchten Eier, die bräuchten Fleisch, die bräuchten Kleidung. Das alles haben sie von ihren Tieren bekommen, und ein Wolf war der Feind eines jeden. Es gab zu der Zeit nicht Menschen, die den Wolf lieb hatten, wie in der heutigen Zeit. Und Menschen, die als Hirten gedient haben, haben die Aufgabe gehabt, ihre Schafe vor dem Wolf zu schützen. König David, als er Hirte war, der hat den Wolf getötet. Wenn er ein Schaf von ihm genommen hat, der ist hinterhergelaufen und hat es aus seinem Maul gerissen und hat den Wolf getötet. Dasselbe mit dem Löwen, der seine Schafe nehmen wollte, oder einem Bär. David war mutig und war ein guter Hirte in dieser Hinsicht. Und Jesus nimmt dieses Sinnbild hier und verwendet es auf sich an. Es ist wichtig für uns zu verstehen, was Jesus hier beschreibt und dann auf sich, auf die Pharisäer und auf seine Schafe anwendet. Damals haben die Hirten oft mehrere Herden nachts in einen von Mauern umzinkelten Hof geführt. Es gab dann nur eine Öffnung, wo sie rein und raus gehen konnten. Und nachts konnte dann ein Türhüter auf die ganze Herde aufpassen, damit die anderen Hirten dann sich ausschlafen konnten und dann morgen früh weiter ihren Dienst betätigen konnten als Hirten der Schafe. So morgen früh kamen dann die Hirten und haben ihre Schafe, die in der größeren Herde gemischt waren, gerufen. Und die Schafe, die seine Stimme kannten, sind ihm gefolgt. Dann kam der nächste Hirte und hat dann seine Schafe gerufen und sie sind ihm dann gefolgt. So konnten die Hirten ihre Schafe wieder zusammenbekommen, nachdem sie aus praktischen Gründen nachts über zusammengeführt wurden. Also ihr müsst euch vorstellen, sagen wir, vier Hirten bringen ihre Herden zusammen, sie treiben sie abends, bevor es dunkel wird, in so einem Hof hinein, wo es mit Steinmauern umzingelt ist und da bleiben die Schafe über Nacht. Und dann steht einer an dieser Öffnung als Türhüter und er lässt keine rein, außer die Hirten, die er kennt. Und dann kommen sie frühmorgens und der eine ruft seine Tiere und sie folgen ihm. Und die sind alle, diese vier Herden sind gemischt jetzt, total durcheinander. Aber sie hören die Stimme von ihrem Hirten und sie folgen ihm. Und so kinderleicht konnten sie die vier Herden wieder auseinander trennen, ohne einen Australian Shepherd oder sonst was, der die Tiere dann sortiert für sie. Nur anhand ihrer Stimme wurden die Tiere gleich wieder sortiert und der eine Hirte ging in diese Richtung mit seiner Herde, der andere Hirte ging in die andere Richtung mit seiner Herde und dann führten sie die Schafen zur Weide. Das ist das Sinnbild, das Jesus hier verwendet. Und wir lesen in Vers 1, Vers 8 und Vers 10, dass Jesus von Dieben spricht. In Vers 1, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, das heißt nachts, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Was will Jesus damit sagen? Das heißt, wer wirklich aufrichtig ist, der würde zu dem Türhüter gehen, wenn er da reingehen wollte. Und er hätte auch eine Berechtigung, um da reingehen zu können. Der Dieb, der versucht, eine günstige Stelle am Mauerwerk zu finden, wo er hinüberklettern kann. Und dann wollte er sicherlich nicht mit leeren Händen das Mauerwerk wieder überqueren. Der wollte ein Schaf stehlen und möglicherweise schlachten und dann auch noch essen. Also nachts waren die Wölfe eher nicht das Problem, sondern Diebe. Jesus will in diesem Zusammenhang sagen, dass die Pharisäer die Diebe sind. In Kapiteln davor, in Kapitel 8, hat er gesagt, Abraham ist nicht euer Vater. Mein Vater im Himmel ist nicht euer Vater. Euer Vater ist der Teufel. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Und er ist ein Mörder und ein Lügner. Und ihr seid sein Diener. Ihr seid seine Kinder. Und so Jesus nennt sie Lügner, Diebe, Kinder des Teufels. Das sind seine Gegner. Und wenn man Matthäus 23 liest, Jesus nennt sie mehrfach Heuchler. Und er sagt, die Pharisäer haben sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt. Und Jesus stoß sie von diesem Stuhl nieder. Und er sagte, die haben kein Recht, auf den Lehrstuhl Moses sich hinzusetzen. Die sind Diebe, die sind Irrlehrer. Ich bin der gute Hirte. Und das sind meine Gegner. Das sind die Wölfe im Schafspelz, die euch in die Irre führen wollen. Hört auf meine Stimme. Hört nicht auf die Stimme der Pharisäer. Die haben ein falsches Evangelium, eine Werksgerechtigkeit. Und wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäern und Schriftgelehrten, nicht weit übertrifft, kommt ihr keinesfalls in das Reich Gottes hinein. Und so Jesus warnt das Volk vor den Pharisäern. Und das ist der Zusammenhang hier. Und Kapitel 10 steht in unmittelbarer Verbindung zu Kapitel 9. Wo sehen wir das in Kapitel 10? Achte auf Vers 21. Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen? Und da ist die Verbindung zurück zu Kapitel 9. In Kapitel 10 gibt es keine Einführung, dass die Situation sich geändert hatte. Wir sehen hier am Ende von Kapitel 9 eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern. Und die sagen, willst du damit sagen, dass wir blind sind? Und Jesus sagte, ihr zeugt selbst, dass ihr nicht blind. Deswegen werdet ihr gerichtet sein. Aber ja, ihr seid geistlich gesehen blind. Und das geht weiter hier. Jetzt sagt er, ihr seid nicht nur geistlich gesehen blind und blinde Führer der Blinden. Denn ihr seid Wölfe in Schalfspelz. Und die Konfrontation zwischen Jesus und den Pharisäern geht weiter. Und ab Vers 31 sehen wir, dass sie Jesus wieder töten wollen. Da hoben die Jüden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Vers 39. Da suchten sie wieder, ihn zu greifen. Und er entging ihrer Hand. Also die hassen Jesus mit äußerstem Hass und die sind gegen ihn. Das sind die Diebe, das sind die Irrlehrer. Und auch die Aposteln haben uns gewarnt im Neuen Testament, dass genau wie es falsche Propheten im Alten Testament gegeben hat, wird es Irrlehrer kommen. Und dann Judas sagt uns, die sind schon da. Also schon zu Lebzeiten der Aposteln kamen diese Irrlehrer, diese Wolfen, Schafspelze. Und was interessant ist, sie behaupten an Jesus selbst zu glauben. Die behaupten an Jesus zu glauben, aber sie erkennen ihn nicht als Tür. Die predigen eine andere Tür als Jesus. Also Jesus will in diesem Zusammenhang sagen, dass die Pharisäer die Diebe sind. Sie sind Kinder des Teufels und wollen die Schafe in die Irre führen. Jesus ist nicht allein der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Der ist die Tür selbst. Man muss durch Jesus ein- und ausgehen zur Weide. Jesus beansprucht für sich mit dieser Erweiterung des Gleitnisses, dass er der Weg zur Ruhe und zum Frieden ist. Er führt uns zur Weide. Er führt uns zu einem Leben, das in Überfluss ist. Achte bitte auf die Verse 9 und 10 hier. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden. Das heißt, er geht durch Jesus in dieses Hof der Schafe hinein und genießt dann diesen Schutz vom Mauerwerk. Und von dem Türhütter. Und Jesus sagte, wer durch mich in diesen Hof der Schafe hineinkommt, ich werde ihn schützen. Ich werde ihm ewiges Leben geben. Und dann steht es da, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Im Gegensatz zum Dieb, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich habe das Vorrecht gehabt, Gespräche mit meinem Schwiegervater zu führen, der in Kasachstan eine Zeit lang gelebt hat als gläubiger Christ und dann später an einem anderen Ort, wo es Verfolgung gab. Und er konnte bezeugen, dass trotz Verfolgung und trotz Schwierigkeiten im Leben, das Leben war wirklich schwierig. Die hatten nicht mal genug Schuhe. Elf Kinder in Kasachstan oder in Kaukasus gehabt, zwölftes Kind hier in Deutschland bekommen. Aber Linda und ihre Schwester mussten Kleidung für Sonntag teilen. Das heißt, eine Schwester hat ein Kleid morgens getragen zum Gottesdienst und dann abends konnte Linda denselben Kleid dann abends tragen. Und dann haben sie Schuhe geteilt, auch. Die hatten Schule vormittags und Schule nachmittags und da mussten sie teilen. Dennoch zeugte er von den Frieden Gottes in seinem Herzen, von Freude, von Fühle der Genügsamkeit. Wer Jesus als Hirte hat, dem geht es gut, auch mitten in Anfechtungen. Jesus ist der gute Hirte, der führt uns hinaus und, wie heißt das hier im Text, und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus meint es auch in diesem Leben mit uns gut. Ich fühle mich so geborgen in Christus. Also es gibt so viel Durcheinander in der Welt in der heutigen Zeit, aber wir haben Jesus als unser Hirte. Der passt auf uns auf. Es gibt keinen Grund, aufgebracht zu sein. Natürlich können wir entsetzt sein über Ungerechtigkeiten in dieser Welt und wir können unsere Stimme erheben, auch diesbezüglich, aber unsere Herzen müssen dabei ruhig bleiben, denn wir haben einen guten Hirte, der auf uns aufpasst bis in die Ewigkeit hinein. Er sagt, aus meiner Hand und aus der Hand meines Vaters wird keiner euch rauben können. Wir sorgen dafür. Ich komme später zu diesem Punkt. Also man muss durch Jesus ein- und ausgehend zur Weide und Jesus beansprucht für sich mit dieser Erweiterung des Gleignisses, dass er der Weg zur Ruhe und zum Frieden ist. Er ist der Weg zum Vaterhaus, wie wir später in Johannes lesen werden. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und das sagt Jesus hier, indem er sagt, ich bin die Tür. Inwiefern ist Jesus der gute Hirte? Jesus sagt hier mehrmals, ich bin der gute Hirte. Inwiefern ist er der gute Hirte? Erstens, er führt sie zur Weide. Das habe ich vorhin betont. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und ich kann das bezeugen. Und wie ich vorhin gesagt habe, mein Schwiegervater, der in Zeiten der Verfolgung gelebt hat, der kann es auch bezeugen. Zweitens, er lässt sein Leben für die Schafe. Was tut ein Mietling, wenn der Wolf kommt? Der haut ab. Der bekämpft den Wolf nicht, der hat Angst. Und er läuft weg und lässt die Schafe ohne Schutz. Aber Jesus ist nicht so ein Hirte. Jesus bleibt stehen und bekämpft die Wolfe und sorgt dafür, dass seine Schafe in Sicherheit sind. Und Jesus erweiterte die Sache, indem er deutete auf seinen Tod am Kreuz, seinen Opfertod. Und wenn er sagt hier, ich lasse mein Leben, das ist ein wichtiger Bestandteil vom Kapitel 10. Da sind mehrere Verse, wo er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Und dann sagt er, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse mein Leben für die Schafe freiwillig. Wir lesen immer wieder, Gott hat Jesus in die Welt gesandt und man könnte auf die Idee kommen, dass Jesus müsste für uns sterben. Sonst wäre er ungehorsam dem Vater gegenüber. Und damit er nicht ungehorsam ist, lässt er sich töten für uns. Aber Jesus lässt uns hier klar erkennen, ich lasse mein Leben selbst. Von mir aus tue ich das aus Liebe für meine Schafe. Und so ist er, er ist der gute Hirte, der die Schafe liebt. Und der Vater liebt diese Eigenschaft, die in seinem Herzen ist, die wieder in dem Herzen seines Sohnes Jesus zu finden ist. Er liebt das an seinem Sohn. Jesus sagte, der Vater liebt mich, weil ich so bin, wie er es ist. So wunderschön, was wir hier lesen an Wahrheiten. Hier sehen wir das Herz Gottes. Der Heilige Geist wird nicht hier erwähnt, aber der denkt genauso. Die Dreieinigkeit liebt uns und will uns zur Weide führen, zu einem Leben, das in Überfluss ist. Und da könnte man sagen, da wird der Heilige Geist erwähnt, weil es ist durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir dieses Leben in Überfluss erleben in der heutigen Zeit. Es gibt einen dritten Grund, warum Jesus der gute Hirte ist. Und das ist, weil er nie ein Schaf verliert. Lass uns die Verses 27 bis 30 gemeinsam lesen. Nochmal. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das heißt, sie werden nie verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Ich staune darüber, dass es Christen gibt, die der Überzeugung sind, ja, das stimmt, keiner kann uns ihm rauben, aber wir können freiwillig aus seiner Hand gehen. Und Freunde, wenn Gott dir Augen zu sehen, Ohren zu hören, ein verständiges Herz geschenkt hat, wenn du wiedergeboren bist, so dass du jetzt eine neue Schöpfung bist, wenn Gott sein Gesetz auf deinem Herzen geschrieben hat, warum würdest du sowas machen? Du würdest es auch nicht machen. Natürlich ist der Teufel hinterlistig und er kann Christen in die Sünde führen. Die Kinder Gottes kann er zum Stolpern bringen, wie Petrus. Aber was sagte Jesus Petrus? Er sagte, Simon, Simon, der Teufel, wie heißt das genau? Ja, er begehrt es dich zu sieben, wie die Weizen, aber, was? Hä? Zu sichten wie die Weizen, aber ich habe was? Für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Gott hat den Glauben uns geschenkt. Es ist ein Geschenk Gottes. Der hat diesen Glauben in uns begonnen und er lässt es nicht zu, dass er erstickt. Was Gott angefangen hat, das vollendet er. Wir haben in Johannes 6 was gelesen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und dies ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, keins verliere, sondern ihn auferwecke am letzten Tag. Das Heil ist nicht verlierbar, das Heil ist auch nicht verlassbar. Das heißt, du kannst dein Heil nicht verlassen. Es ist unmöglich. Das ist eine gewaltige Irrlehre, die die Rechtfertigung nicht mal versteht. Paulus betont in Römer 5, dass wir in Christus, auch in Römer 6, dass wir in Christus gestorben sind. Die Rechtfertigung, was verlangt das Gesetz? Wer sündigt, muss sterben. Und deswegen lehrt er, dass wir der Sünde gestorben sind. Und das heißt, der Tyrannei, der Macht der Sünde, aber auch der Strafe der Sünde. Wir sind mit Christus gekreuzigt worden und mit ihm auferstanden. Das Gesetz hat keine Macht mehr über uns. Das Gesetz kann uns nicht mehr anklagen. Der Teufel kann uns nicht mehr anklagen. Weil wir gerechtfertigt sind. Das Gesetz verlangt, wer sündigt, muss sterben. Wie viele Male ist Jesus gestorben? Ein für alle Mal. Und wir ein für alle Mal mit ihm. Wenn wir mit Christus einmal gestorben sind, dann wurde das Gesetz erfüllt. Nämlich, wer sündigt, muss sterben. Und das Gesetz hat keine Macht mehr über uns, um uns zu verdammen. Und deswegen schrieb Paulus in Römer 6, was sollen wir nun sagen? Sollen wir weiter in der Sünde leben oder verharren, weil wir nicht mehr unter Gesetz sind, sondern unter Gnade? Das sei ferner. Also man hat nichts von Gnade verstanden, wenn man glaubt, dass das Heil verlierbar ist. Jesus ist der gute Hirte. Die Sicherheit der Schafe liegt nicht bei ihnen selbst, sondern bei dem Hirten. Ein Schaf ist absolut hilflos einem Wolf gegenüber. Ich habe im Internet Bilder gesehen, wo eine ganze Herde, ein paar Wolfe sind gekommen, die klettern über einen zwei Meter hohen Zaun. Elektrozaun hält sie nicht ab. Sie buddeln darunter. Nichts hält diesen bösen Tieren ab. Ich hasse Wolfe mit äußerstem Hass. Und da siehst du diese Bilder von Tieren, die weiden weiter, aber ihre Eingeweide hängt raus aus dem Körper. Die sind zerrissen. Und der Wolf geht von einem zum anderen und reißt es und verletzt es und tötet es nicht vollständig. Und am nächsten Tag kommt der Hirte an, seine Herde zerstört. Und da sind Tiere, die er selbst töten muss jetzt, weil sie so verletzt sind. Also ganz, ganz böse. Was schützt ein Schaf? Der Hirte. Sonst gar nichts. Wenn es Wölfe in der Nähe sind, kann nur der Hirte ein Schaf schützen. Ein Schaf ist absolut hilflos gegen einen Wolf. Und das ist der Punkt hier. Unsere Heilsicherheit liegt nur an einer Sache. Keiner kann sie oder wird sie. Es ist und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Jesus sagte, ich lasse das nicht zu. Wenn der Teufel uns verführen würde, sodass wir nicht mehr glauben wollten, wenn wir schon wiedergeborenen Kinder Gottes sind, das wäre ein Rauben. Das wäre ein Rauben. Und Jesus sagte, das wird nicht passieren. Ich tue immer den Willen meines Vaters und es ist sein Wille, dass ich keins von allem dem, was er mir gegeben hat, verliere. Und ich werde sie am letzten Tag auferwecken. Punkt. Unsere Heilsgewissheit liegt an der Gottheit Jesu Christi. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Und niemand kann aus der Hand meines Vaters rauben. Man kann nicht aus meiner Hand rauben, man kann nicht aus der Hand meines Vaters rauben. Und wir beide sorgen dafür, dass ihr in dem Glauben bleibt, was wir euch geschenkt haben. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Woran erkennen wir die Schafe Jesu? Welche Merkmale haben die Schafe Jesu hier? Was wird sehr stark betont hier im Text? Wenn ihr das sehen könnt, das, was mit blau markiert wird hier, sind Wiederholungen. Eine Wiederholung. Hier und dann nochmal ganz unten. Das heißt, was wie ein roter Faden, in meinem Bibel ein blauer Faden, durch diesen Abschnitt geht, ist diese Aussage. Diesem öffnet der Türhüte und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Vers 4. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe was? Folgen ihm. Warum? Weil sie seine Stimme kennen. Und dann steht es, einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen. Das ist eine Eigenschaft von Schafen. Und Jesus sagte, meine Schafe verhalten sich genauso. Wenn sie die Stimme einer Irrlehrer hören, die fliehen von ihm. Das ist fremd. Wenn einer sagt, es gibt eine andere Tür, nicht Jesus, eine andere Tür. Wir glauben zwar auch an Jesus, aber es gibt eine andere Tür. Er sagte, die achten auf diese Stimme nicht, die fliehen vor diese Stimme. Aber wenn sie die Stimme Jesu hören, sie folgen ihm. Sie leben in dem Willen Gottes, das heißt, sie halten das Gesetz Gottes und die haben Freude daran, in dem Willen Gottes zu wandeln. Und das wird hier weiter betont. Steht einem Fremden, aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Vers 8. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Und dann Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde ein Hirte sein. Das ist eine wichtige Aussage hier. Man könnte eine ganze Predigt halten, nur über diesen einen Vers. Wenn Jesus sagte, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, was meint er? Das heißt, die sind nicht Juden, sondern aus den Nationen. Sie sind aber noch nicht gläubig, aber sie gehören ihm schon. Ich habe andere Schafe, die mir schon gehören, sind aber noch nicht gläubig. Die muss ich noch holen. Die muss ich auch noch holen. Die werde ich suchen und finden und bringen. Und die gehören zu einem Hof. Und Johannes lehrt hier genau das, was Paulus in Epheser 2 und 3 lehrt, nämlich diese Zwischenmauer der Feindschaft wurde in Christus niedergerissen. Und alle diese Hindernisse zum Allerheiligsten sind weggeräumt worden. Und jetzt dürfen alle, nicht nur der hohe Priester einmal im Jahr, sondern alle Heiden wie Juden, die gereinigt wurden mit dem Blut Jesu Christi, dürfen Zugang zum Allerheiligsten haben im Himmel. Und es gibt eine Herde, ein Volk Gottes. Ich lese kurz, weil ich das nicht zitiert bekomme, heute Morgen muss ich das kurz aus Epheser 2 lesen, was Paulus schreibt. Und das ist genau das, was Johannes in seinem Evangelium als wichtiger Schwerpunkt, den er schreibt an den Heiden, dieses Evangelium. Und wir lesen hier in Kapitel 2, ab Vers 11 geht das Thema los. Und ich sage, zu jeder Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israel und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Das heißt Jüden und Heiden. Er hat aus beiden, das heißt Jüden und Heiden, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei, das heißt Jüden und Heiden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen, das heißt die Heiden, und Frieden den Nahen, das sind die Juden, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Und dann lesen wir weiter hier in Vers 21, in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich habe den wichtigsten Vers übersprungen hier, Vers 19 und 20. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Aposteln und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Und so, das ist genau das, was wir hier in Johannes 10 lesen. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Woher kommen diese Schafe? Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Wisst ihr noch, in Kapitel 8 hat Jesus die Frage gestellt, warum, in Vers 43, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und hier sagt er, warum könnt ihr meine Sprache nicht hören? Weil ihr nicht meine Schafe seid. Meine Schafe, die der Vater mir gegeben hat vor Grundlegung der Welt, die hören meine Stimme. Warum? Weil Gott ihnen Ohren zu hören schenkt. Und sie werden deswegen gerettet. Also dieses Kapitel lehrt viele kostbare Wahrheiten. Und wir sehen ab Vers 31 bis 42 die Reaktion der Gegner. Es gibt Widerstand. Und was ich als Anwendung weitergeben möchte heute, sind folgende Punkte. Erstens, es gibt auch heute solche Irrlehrer, die über die Mauer steigen. Jesus ist die Tür der Schafe, aber sie verkündigen eine andere Tür. Sie verleugnen Jesus, aber sagen gleichzeitig, dass sie an ihn glauben. Und es gibt zahlreiche Religionen. Mormonen sagen, ja, wir lesen auch die Bibel. Wir haben nur das Buch der Mormonen. Und ich muss ehrlich sagen, sagen sie immer, ich habe das zigmal von Mormonen gehört, die sagen, als ich die Bibel gelesen habe, es kam nichts an bei mir. Aber als ich das Buch der Mormonen gelesen habe, mein Herz hat gebrennt. Das ist das Zeugnis, das ihnen offensichtlich beigebracht wird, weil ich habe das von so vielen von ihnen gehört. Aber die lernen, wie der Mensch ist, war Gott, wie Gott ist, kann der Mensch werden. Und sie lernen, Gott war mal ein Wesen, das nicht Gott ist und ist Gott geworden. Und wir können auch Götter werden. Zeugen Jehovas verleugnen der Ewigkeit Jesu. Die lernen auch, dass es keine Ewigkeit in dem Feuersee geben wird. Die Schafe Jesu hören seine Stimme und sie folgen ihm und sie harren in diesem Glauben aus, weil er der gute Hirte ist, der dafür sorgt, wie bei Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glauben nicht aufhöre. Zweiter Anwendungspunkt. Wir sollen nie an die Führung Jesu zweifeln. Er hat schon bewiesen, indem er sein Leben für uns hingegeben hat, wie er es mit uns meint. Wenn du Anfechtungen in deinem Leben hast, zweifle nie an Gottes Absicht mit dir. Jesus ist und bleibt der gute Hirte und er führt dich ein und aus zur Weide. Dritte Anwendung. Trotz des Widerstandes sollen wir als Unterhirten Jesu seine Schafe suchen und finden. Denn wir wissen, dass er andere Schafe hat, die zu seiner Herde gehören. und die müssen wir suchen und auch finden. Also die Eigenschaft, die Jesu als Hirten hier, wollte Paulus in den Ältesten zu Ephesus sehen. Und er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und dann, er betont, diese Herde wurde mit dem kostbaren Blut Jesu erkauft. Und Gott will, dass die Hirten ihre Aufgabe ernst nehmen und dass auch in der heutigen Zeit die Unterhirte Jesu Christi die Aufgabe Jesu hier auf Erden im Auftrag Jesu ausführen. Und die Bibel lehrt klar und deutlich, dass die Eltern Hirten der Herzen der Kinder sind zu Hause. Wir haben eine große, große Aufgabe im Auftrag Jesu Christi, die Wölfe in Schafspelz zu enttarnen. Kann man das so sagen? Bloßzustellen. Und wir haben die Aufgabe, dass die Schafe Jesu, die seine Stimme hören werden, zu suchen. Und dann können wir uns mit dem Hirten freuen über jede Schaft, das verloren war, aber jetzt gefunden ist. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du freiwillig ans Kreuz gegangen bist, dass du dein Leben gelassen hast für die Schafe. Denn ohne dein Opfertod werden wir verloren. Wir hätten kein ewiges Leben. Denn unsere Schuld vor dir und vor deinem Vater und vor dem Heiligen Geist ist so groß. Jemand müsste diese Schuld bezahlen und das hast du für uns getan. Du hast dein Leben für uns geopfert. Und wir danken dir, dass du kein Mietling bist, dass du Verantwortung für uns übernommen hast. Alle, die der Vater dir vor Grundlegung der Welt gegeben hat, diese rettest du und diese bewahrst du in ihrem Glauben und sorgst dafür, dass sie, dass niemand sie aus deiner Hand raubt. Und wir fühlen uns verborgen in dir, Herr Jesus. Und wir wissen, dass auch trotz dem Altwerden und trotz vielen Anfechtungen dass du uns Leben im Überfluss schenkst, auch in diesem Leben. Trotz der Nichtigkeit dieses Lebens erleben wir deinen Frieden und deine Freude, wenn wir richtig denken. Und das ist das Problem. Der Feind, weil er uns nicht besiegen kann, weil wir ihn schon überwunden haben in dir, Herr Jesus, der will uns durch falsches Denken betrüben und außer Gefecht setzen, sodass wir für dich und für die Erfüllung deines ewigen Ratschlüsses unfruchtbar sind, untauglich sind. Und so, Herr, ich bitte, dass du das Denken deiner Kinder korrigierst heute durch die Betrachtung deines Wortes, dass du uns neu ausrichtest, sodass wir furchtlos in diesem Leben unterwegs für dich sind, indem wir wissen, du hast schon besiegt. Und du bist dabei, deinen ewigen Ratschluss auszuführen und wir dürfen Teil daran haben und das ist allein grün zur Freude. Hab Dank dafür, Herr, und ermutige jeden Einzelnen von uns heute, Herr. Amen. Amen. Amen.